Ja, der DVAG Firmenwagen. Wie kannst du einen Firmenwagen bei der DVAG der Deutschen Vermögensberatung erreichen? Ich möchte hier meine Erfahrungen bringen. Ja, lass uns gleich mal starten. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi und im Direktvertrieb habe ich im Strukturvertrieb im siebten Monat einen Monatsumsatz von 210.000 Euro gemacht, nur mit Facebook. Unterhalb findest du meinen Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. Gut, Punkt Nummer 1 zum Firmenwagen bei der DVAG. Ich möchte dir meine Erfahrungen erzählen. Ich selbst bin kein Vermögensberater der DVAG. Ich war es auch nie und ich habe keine Geschäftsbeziehung, aber ich war im Strukturvertrieb im Network Marketing und habe dort in sehr, sehr kurzer Zeit auch schon einen Firmenwagen erreicht. Einen Firmenwagen, der in Europa eher nicht üblich war, möchte aber eines dazu sagen, ein Auto hat für mich nicht viel Bedeutung. Ich habe das einfach bekommen, weil ich diese Stufen im Vergütungsplan erreicht habe. Ich habe mir das Auto dann auch genommen. Ja, für mich ist es jetzt nicht so wichtig, aber für dich einfach wichtig. Ich habe zuvor 16 Jahre gehabt, wo ich überhaupt keinen Erfolg hatte, also weit weg von irgendeinem Firmenwagen, von Provisionen oder sonstiges. Ich war 16 Jahre sehr, sehr fleißig, muss ich auch sagen, aber ich habe Fehler gemacht. Ich habe nach dem alten System gearbeitet. Ich habe damals Freunde angesprochen. Ich habe damals Partys gemacht. Ich habe Flyer ausgeteilt. Ich habe Menschen in Restaurants angesprochen. Und all das würde ich dir wirklich nicht empfehlen. Kommen wir zum zweiten Punkt beim Thema Firmenwagen für die DVAG und meine 80%-Regeln. Ich habe dann in einem Buch gelesen, das Buch heißt die erste Jahr im Network Marketing, die sogenannte 80%-Regel. Die widme 80% deiner Zeit neuen Kunden. Also wenn du jetzt Vermögensberater bei der DVAG bist, schau mal auf deinen Zeitplan sozusagen. Wie viel Zeit widmest du wirklich neuen Kunden? Und es gibt hier auch noch eine Statistik, die ich damals von Jürgen Höller gehört habe, AVZ, aktive Verkaufszeit. Und es war richtig erschreckend, dass Menschen im Außendienst circa nur 10% ihrer Zeit aktive Verkaufszeit haben. Das heißt, wenn du 80% deiner Zeit neuen Kunden für die DVAG widmest, dann erreichst du auch diesen Firmenwagen auf kurz oder lang. Der dritte Punkt, der für mich wichtig ist beim Thema Firmenwagen für die DVAG, wie soll man arbeiten? Ich habe dir kurz erzählt, 16 Jahre, kein Erfolg und ich kann dir nur ans Herz legen, online zu arbeiten. Die Zeiten haben sich geändert. Wir wissen auch in den letzten Monaten, möchte ich das Wort jetzt nicht sagen, sind die Menschen auch nicht mehr so offen, dass man zu ihnen kommt. Es gibt gewisse Berührungsängste. Und insgesamt online hat sich sehr, sehr stark verändert. Diesen Trend, den wir jetzt haben, hätte ich eigentlich erst in 5 bis 10 Jahren gesehen. Aber man muss sagen, er ist jetzt schon da und ich kann dir eines sagen, setze 100% auf online. Und ich würde dir wirklich empfehlen, hier auf Facebook zu setzen. Warum auf Facebook? Facebook ist mit Abstand die größte Plattform. Jeder ist auf Facebook. Und auf Facebook kann man sehr, sehr gut Vertrauen aufbauen. Aber nicht mit Werbeposting, sondern kommen wir gleich zu Punkt 4. Wie kannst du Facebook wirklich gut nutzen? Indem du Menschen zu dir ziehst. Also wenn du einen Firmenwagen bei der DVG haben möchtest, brauchst du viele Kontakte, viele Leads. Und am besten ist es, du bekommst diese Leads jeden Tag. Nehmen wir an, du bekommst 1 bis 3 Kontakte jeden Tag von Menschen, die dich kontaktieren. Also nicht umgekehrt. Sagen wir einen Kontakt. Das sind 30 im Monat. Und glaubst du nicht, dass von den 30 im Monat, sagen wir, 10% Kunden werden? Das ist eine realistische Conversion Rate sozusagen. Also von 30 werden dann 3 Kunden. Und das ist einfach frei Haus. Was musst du dazu tun? Die neue Google-Funktion aktivieren in deinem Facebook-Account. Weil die ist standardmäßig nicht aktiv. Wenn du wissen möchtest, wie das geht, schau jetzt unterhalb von diesem Video in meinen Gratiskurs. Dann nehme ich dich an die Hand und zeig dir das. Und ja, damit sind die Chancen für deinen Firmenwagen bei der DVG sehr, sehr groß. Rock it. Bye bye. Ciao.